Liebe Freunde, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Cold Water Challenge der Gemeinderäte von Gnadendorf. Ich sage ein herzliches Danke an die Gemeinde Schrattenberg für die Nominierung, Bürgermeister Hanse Bauer, und wir werden natürlich die Aufgabe erfüllen. Geschätzte Gemeinderäte, ich darf euch euch herzlich zur heutigen außertunneligen Gemeinderatssitzung hier in diesem wunderschönen Abend recht herzlich begrüßen. Es gibt einen ganz wichtigen, einen einzigen Tagesordnungspunkt, und der lautet Nominierung zur Cold Water Challenge. Ich schlage vor, unsere Nachbargemeinden Gaupitsch und Stronsdorf. Gibt es dazu andere Meinungen? Wenn wir nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer diesem Vorschlag zustimmt, bitte mein Zeichen mit der Hand. Danke, wie gewohnt und wie immer einstimmig. Herzlichen Dank. Es war der einzige Tagesordnungspunkt, die Gemeinderatssitzung ist somit beendet. Und Windscheichner einen wunderschönen Abend in dieser wunderschönen Natur. Danke. Aufgabe erfüllt. Wir nominieren unsere Nachbargemeinden Gaupitsch mit Bürgermeister Alois Marainer und Stronsdorf mit Bürgermeisterin Karin Geppert. Ihr habt jetzt 72 Stunden Zeit, diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Kirtag und freuen uns auf eine Runde. Herzlichen Dank, viel Spaß bei eurer Aufgabe. Schönen Abend. Schönen Abend.